Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Workshop 3! Ich bin Ram und heute spiele ich ein 4 vs. 4 Ranked Game habe mich für Andead entschieden und wir spielen auf der Map Golems im Nebel. Jo, eher eine Rush Map. Ich werde trotzdem wieder eine Fiend Build Order spielen mit Fiends, wirklich um einiges erfolgreicher in letzter Zeit als mit Ghoulen. Also gerade im 4 vs. 4. Und somit bleiben wir dabei. Jetzt noch den Altar. So, als nächstes ein Zigurad. Gut, ich baue gleich noch einen zusätzlichen Abglöten. Obwohl das auf der Map hier nicht unbedingt vonnöten ist, da ich sowieso wahrscheinlich keine Fast-Exe spielen werde. Beziehungsweise, was heißt wahrscheinlich, ich werde es nicht tun, da es hier nahezu unmöglich ist. Zumindest als Andead. Als Night Elf geht das relativ schnell, wenn man den Keeper spielt oder sich mit dem Gebäude da durchfrisst. Werde ich euch demnächst auch wieder zeigen. Denn auch Night Elf werde ich die Tage wieder im 4 vs. 4 auf jeden Fall spielen. Und Zigurad dauert noch eine Sekunde. So, diesmal direkt eine Fiend. Also nur zwei Ghoulen im Holz im Moment. Da muss ich nachher auf jeden Fall nochmal einen nachbauen. Das darf ich nicht vergessen. Sonst bekomme ich nämlich ganz schnell ganz große Holzprobleme. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Jetzt aber erstmal ein paar Fiends pumpen. Mein Leben für Nersul. Der Schläfer erwartet. Ja, es ist eine Map hier. Weiß ich nicht. Da habe ich, glaube ich, eher eine ausgeglichene Bilanz. Ist nicht so meins. Ich spiele auch im 4 vs. 4 sehr gerne mit Axel im Rücken. Meine Rache gehört euch. So, deswegen hole ich mir auch jetzt nicht das Blight. So, das ist eher ein Mini-Creep-Spot. Mantel der Intelligenz. Meine Rache gehört euch. Für den Lichtkönig. Bei Nersul. Ich wünsche nur zu dienen. So, ein weiteres Zigaretten. So, das ist der Schild. Können wir vielleicht mal gucken. Da haben wir einen Andert. Ihr habt gelaufen. Der Schläfer erwacht. Ich bin die Dunkelheit. Und die nächsten Creep-Spots werden jetzt schwieriger. Hier ja. Das ist auch so ein Grund, warum ich die Map hier nicht besonders mag. Also, hier sind wirklich fast nur heftige Creep-Spots. Meine Geduld ist erschöpft. Wie ihr befehlt. Spürt meinen Zorn. Aber egal. Wir müssen creepen. Und das möglichst schnell. Ich habe noch nicht mal Stufe 2 erreicht. Ah, jetzt müssen wir noch aufs Ziggurat warten. Nein. Wunderbar. Oh mein, das ist schon ordentlich passiert jetzt. Ein paar Klaus auf Attack. Aber von hinten kommt natürlich der Creep-Check. Muss ich rausfordeln. Habe ich sogar noch meinen Troll-Heal-Priest verloren leider. Und mein Thornportal ist raus. Alles nicht so gut. Meine Geduld ist erschöpft. Meine Geduld ist erschöpft. Ja, wir können da gerne hingehen. Ich weiß, dass er da creept, aber... Tja, gerade gegen den Undead. Kann ich da wenig tun. Meine Rache gehört euch. Wir müssen es mit der Coil versuchen, in den Krieg zu flauen. Endlich. Für den Lichtkönig. Ich bin die Dunkelheit. Ne, und der hat auch schon Levelvorteil. Für den Lichtkönig. Ne, muss ich zurück. Bringt nichts. Ich bin die Dunkelheit. Night Elf hat hier schon mal alles gequirt. Das ist wunderbar. Okay. Das ist jetzt die Frage, was hat der Licht da gemacht? Ich beuge mich eurem Willen. Euer Wille geschehen. Meine Geduld ist erschöpft. Wie ihr befehlt. Endlich. Ja, können wir mal gucken gehen. Ist der Gegner da nicht expandiert? Aufpassen muss ich jetzt. Kein Teleport mehr. Attack ist auch noch lange nicht durch. Ja, Entangle ist schon eine miese Sache, solange man kein Diesbild hat. Also Entangle sind wir die Bucherwurzeln vom Keeper. Boah, Lose Nova. Kommt, hau rein mit deinem Entangle. Meine Geduld ist erschöpft. Die Beschwerung ist abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Meine Rache gehört euch. Mein Tag geht es auch durch. Ich bin die Dunkelheit. Okay, greifen wir die Anderate Base an. Beiden oder sterben. Spürt meinen Zahn. Ja, hab geräumt. Pink schlicht gleich der Bischke. Die Beschwerung ist ab. Und mein Mann sieht aber auch gar nicht mal mehr so gut aus. Kommt den mal zurück, Leute, oder? Boah, der Trader dabei. Könnte jetzt noch viel abfangen hier von uns. Ich beuge mich eurem Willen. Ich gehorche mit Freunden. Kommt, weiter auf D3. Endlich. Auf den Licht. Das uralte böse Schlicht zu Diensten. Jetzt erst mein Lichter. Ihr habt gerufen. Ja. Voll zurück. Ach, der macht. Meine Geduld ist der Schrift. Macht auch keinen Sinn, oder? Für den Lichtkönig. Endlich. Wo soll mein Blut vergossen werden? Bringen wir uns hier ganz schön zurück. Nur mit Fienz. Können wir da nicht viel ausrichten. Auf in den Kampf. Leitet mich. Meine Rache gehört euch. Hiya. Ich bin die Dunkelheit. Euer Befehl. Ich hoffe, da unten läuft es ein bisschen besser. Für gelb. Boah. Schnell hin. Blau hat er in der Zwischenzeit expandiert. Das müssen wir auf jeden Fall versuchen zu walten. Ihr habt gerufen. Euer Befehl. Ich bin die Dunkelheit. Ich habe nicht so. So, komm. Wieder der lila Licht. Hat er bis jetzt überhaupt keine Einheiten gehabt, oder was? So, ich versuche jetzt auch zu expandieren. Ich bin die Dunkelheit. Während wir hier den Go machen. Für den Lichtkönig. Bei mir so leitet mich. Ihr habt ihr OV-Hörer. Komm, wenigstens ein Raider. Ja, jo. Level 3. Endlich. Wie ihr Befehl. Ausbau abgeschlossen. Raider in 4, was ist 4? Halt ich auch für nicht so gut. Höchstens mal 1 oder 2. Um die Gegner festzuhalten. Aber ansonsten. Keine besonders starke Einheit. Oder halt, wenn man eine Lame-Taktik spielt. Und versucht, die Hauptgebäude da wirklich einzureißen. Dann können Raider auch Sinn machen. Aber so einen normalen Fight. Eher nicht. Seid denn der Gegner spielt Tanks zum Beispiel. Da sind Raider dann auch extrem stark. So, aber wir machen den Go. Haben leider... Ne, doch ein paar MGs haben wir. Wollte gerade sagen, sonst nichts zum Blocken dabei. Loy. Hat sich voll eingetauert, oder was? Was soll das? Na gut, mir soll es recht sein. Tower haben wir gleich down. Und auch meine Exe läuft gleich. So, aufpassen. Von hinten da anders. Damit noch kein... ...Web. Ein paar Worms-Barnier hinten drin. Ach, wie gesagt, noch kein Web. Jetzt kommen einen Sekunden wie Stunden vor hier. Meine Geduld ist erschöpft. Euch stets zu Diensten. Kommt noch mal Sloan. Ich bin die Dunkelheit. Komm, Web. Jetzt. Ha, ich kriege es sogar nach zwei Worms. Meine Rache gehört euch. Ich habe nicht mehr so verschwunden. Ja, das war der Andert vorhin bestimmt mit dem Licht. Ihr habt gerufen. Meine Geduld ist erschöpft. So, schnell zu meiner Exe. Die will ich jetzt auf jeden Fall halten. Dass die sich auch ausgezahlt macht. Und die Map sieht jetzt schon ganz gut aus. Also, wir haben auf jeden Fall die Map-Control. Hier, was haben wir da? Bis jetzt nur einen Andert? Ne. Ah, negros. Ja, müssen wir hin. Voll auf die negros gleich. Die stehen viel zu weit vorne. Leider nix zum Wiesbein herbei. Das ist der Chef, euch schließt zu dir. Ihr habt gerufen. Ich bin die Dunkelheit. Euch schließt zu dir. Ich bin die Dunkelheit. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Ein verbündeter Helm ist gefallen. Wir verlangen weiteres Holz. Ah, dammit. Cool, Fancy. Muss ich unbedingt erforschen. Für den Lichtkönig. Die Nacht lockt. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Was ist das diesmal? Wir verlangen weiteres Holz. Wir verlangen weiteres Holz. Ihr habt gerufen. So, und hier schnell ein neues Teleport. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Einige, die ungerüst ist der Chef. Das wird hart. Ich schlange mich eurem Willen. Euer Befehl. Ihr habt gerufen. Leitet mich. Meine Rache gehört euch. Schon zweimal ist dabei. Was starblicher. Und das Treuer. Wo soll mein Blut vergossen? Meine Rache gehört euch. Da kommt der Keeper. Für den Lichtkönig. Schon abgeschlossen. Und mein Schreckenswort auch. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. So. Boah. Mustelons. Sehr stark gegen Destroyer. Wegen dem Piercing Damage. Meine Geduld ist der Chef. Wurde ja beim letzten Patch geändert. War vorher magischer Schaden und jetzt Piercing Damage. Und deswegen sind Talons jetzt extrem stark gegen Destroyer. Dein Erzuhl. Dein Erzuhl. So. Dann hättest du auch die ersten Glanz im Bauch. Stürt mein Zahn. Ja. Von hinten an. Ich wusste es auch ein Gegner. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Tauf in den Kampf. Muss mal aufpassen. Wir stehen nicht gut. Meine Rache gehört euch. Ist mein Licht gestorben? Unser Helm ist der Chef. Ihr habt gerufen. Meine Geduld ist der Chef. Ne. Schnell zurück. Nicht hier gegen die ganzen Skelette kämpfen. Ich bin die Dunkelheit. Ungläubige. Aber nicht zuerst zurück. Meine Rache gehört euch. Meine Rache gehört euch. Meine Rache gehört euch. Und drei Kreifte werden angegriffen. Ihr habt gerufen. Oder manche Erte gewann. Meine Geduld ist der Chef. Abwarten, Burschi. Für den Lichtkönig. Abwarten. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestorben. Auf jeden Fall hinten in der Base fighten. Ich bin die Dunkelheit. Schon mal die Zygurats ausbauen. Denn der nächste Fight wird höchstwahrscheinlich bei mir in der Base stattfinden. Ich muss leider gestehen, das sieht gar nicht mal so gut aus. Meine Rache gehört euch. Trifft eure Wahl. Meine Geduld ist der Schöpter-Wirms. Ja, wir müssen als nächstes, als erstes die Totenbeschwörer-Kilch. Ich bin die Dunkelheit nicht. Ich weiß, dass auch von einer nur hinter einem herläuft. So, da kommen sie. Meine Rache gehört euch. Boah, ist das viel. Ihr habt gerufen. Euch schließt zu Diensten. Meine Geduld ist der Chef. Komm, hinten rein. Wer ist mit den Negros wieder zu weit vorne? Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist der Schöpter-Wirms. Ich bin die Dunkelheit. Euer Befehl. Ich habe nicht mehr so wieder abgerufen. Nicht genügend, Mann. Bei der Zuge. Statt unserer Brüder wird angegriffen. Ich wollte mich beurteilen. Meine Rache gehört euch. Euch geht es zu Diensten. Ich bin die Dunkelheit. Ja doch, sieht gut aus. Der ist mit den Negros auch nicht einverstanden. Meine Geduld ist der Chef. Jetzt ging das Ganze doch einfach als gedacht. Aber die Gegner, muss man auch sagen, die haben absolut nicht gut zusammengespielt. Der mit den Negros immer viel zu weit vorne reingerannt. Der hier mit den Wirms war irgendwie nie bei seinem Team. Also keine Ahnung, was die hier treiben. Alles so ein bisschen Solo-Spieler, wie es scheint. Aber gut, mir soll es recht sein. Ich hatte erst ein bisschen Angst, wo diese große Armee vor meiner Welt stand. Das muss ich gestehen. So, jetzt wollen wir uns für den nervigen Licht. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich gehorche mit Freuden. Ich bin die Dunkelheit. Auf in den Kopf. Wird es ein bisschen locken. Meine Geduld ist erschöpft. So, und jetzt? Ich habe dich, Herr Sohl, verschworen. Meine Rache gehört euch. Das war auch der letzte Spieler, der noch in-game war. Der Gegner hat jetzt aber auch eingesehen, dass es nichts mehr bringt. Ja, und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne bis zum nächsten Game. Euer Ram.